Die Hopper kann ja nicht zur Seite nehmen, ne? Ach willst du stehen? Ja, ich würde dann eher stehen. Finde ich locker. Aber die ist im Moment so toll, frisch verliebt. Das ist eine ganz junge. Ja, definitiv sie jung. Nein, ich meine jetzt nicht als Partnerin oder so. Nur sie hat gesagt mal, dass sie es liebt, Gogo zu tanzen. Ein böser Blick. Ja, aber ich sag mal, passt der von deinem Aufblick mehr als wenn du zu liebgst. Allerdings, ich guck mal nicht, wer der liegt. Tod traurig in der Rollenkur, wenn ich an alles traurig denke. Obwohl noch mit seinem Fett verleitet. Das war richtig gut, ich war mit dem schlechten Leister. Ich muss mal gucken an, wie ich nachher auf dem Laptop aussehen. Aber es gibt so eine Gay-Seite. Kannst du da mitmachen? Ja, ne, danke. Ist klar. Ich dich auch gay. So eine Gay-Seite. Da kann ich mir auch lass sie wieder aufs Help hatten. Eine Rose im Mund. Genau. Hast du eine? Ja, da unten. Echt? Wo? Oh. Oh, nee. Aber jetzt zur Weihnachtszeit kannst du eine Weihnachtsmütze tragen. Ja, fand ich so schön mit Paletten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.